Kunst gegen Bares Ich bin Marco Leitner, ich drehe heute Abend auf bei Kunst gegen Bares in Aachen. Ich bin Comedy-Lyriker, kann man sagen. Ich mache Gedichte, ich mache ein paar lustige Sachen. Aber nicht Stand-Up-Comedy, weil A kann ich nicht so gut lustige Geschichten erzählen und C vergesse ich oft was im Mittelteil. Kunst gegen Bares